Abrocken und Nazi-Stoppen Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du dir bisher die CD angehört hast. Wir hoffen, die Songs haben dir gefallen. Doch genauso wichtig wie das musikalische Abrocken ist aber auch das aktive Nazis-Stoppen. Doch wie genau stoppen wir das braune Gesocks? In den nachfolgenden Tracks wollen wir dazu Infos und Ideen liefern. Wir wollen aufklären über die scheinbar neuen Ideologien der Nazis. Wir wollen aufklären über die gefährlichen Aktivitäten der NPD und Kameradschaften in Niedersachsen. Aber wir wollen auch am Beispiel der brutalen Asyl- und Abschiebepolitik die rassistischen und menschenfeindlichen Einstellungen in der Gesellschaft aufzeigen. Zum Schluss gibt es noch eine Reihe an Vorschlägen, was du selber tun kannst, um aktiv gegen Nazis, Rassismus und Antisemitismus zu werden. Denn die Situation ist ernst. Die heutigen Nazis erkennt man nicht auf den ersten Blick. Sie tragen schicke Warrer-T-Shirts, weite Baggy-Pants, Sonnenbrillen, schwarze Kapuzenpullis, Palitücher oder haben bunte Irokesen auf dem Kopf. Es gibt keinen typischen Nazi-Kleidungsstil mehr. Klar, es gibt immer noch viele Klischee-Nazis mit glatze Bomberjacken und Springerstiefeln. Doch generell ist die rechtsextreme Szene in den letzten Jahren vielfältiger und damit auch gefährlicher geworden. Nicht nur äußerlich, auch inhaltlich versuchen die heutigen Nazis, nach der Ideologie der sogenannten Neuen Rechten, vermehrt in die Mitte der Gesellschaft vorzustoßen. Die Neuen Rechten formierten sich Ende der 60er Jahre und grenzten sich scheinbar von den alten Nazis ab, indem sie sich thematisch weniger auf das Dritte Reich bezogen und vermehrt soziale Themen aufgriffen. Gerade mal 20 Jahre nach der Shoah, 20 Jahre nach dem Völkermord an mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden, war es ihr erklärtes hier dadurch, nationalistisches und rechtsextremes Gedankengut in Deutschland wieder mehrheitsfähig zu machen. Die NPD und die rechtsextremen Kameradschaften greifen mittlerweile fast durchgängig auf diese Taktik zurück und protestieren öffentlich gegen Krieg, sozialer Bau und Globalisierung und verschleiern so ihre rassistische und antisemitische Hetze. So propagieren sie eine Welt freier Völker, in dem jedes Volk in seinem natürlichen Siedlungsraum sich seiner Kultur entfalten könne. Klingt erstmal nicht so schlimm, aber real bedeutet das nichts anderes als alle Ausländer raus. Denn zugehörig zum deutschen Volk sind nach ihren rassistischen Vorstellungen nur die, die biologisch auch deutsche Eltern haben. Egal, ob jemand hier geboren ist, einen deutschen Pass hat oder sich hier zu Hause fühlt. Nach diesen Blut- und Boden-Vorstellungen der neuen Rechten müssten so mindestens 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund geweihtsam aus ihrem Zuhause abgeschoben werden. Weiterhin behaupten die neuen Nazis gegen Globalisierung und Kapitalismus zu sein. Sie propagieren stattdessen einen nationalen Sozialismus. Die gleiche Verteilung des Reichtums, soziale Gerechtigkeit oder eine Aufwärmung der Klassengesellschaft streben sie aber nicht an. Im Gegenteil. In ihrem Staat wird eine kleine autoritäre Führungselite bestimmen. Parlamente, Parteien, freie Gewerkschaften, unabhängige Medien oder Meinungsfreiheit. Das gäbe es alles dann aber nicht mehr. Die Menschenrechte würden abgeschafft. Denn nach der neuen rechten Ideologie gibt es keine Menschenwürde. Du bist nix, dein Volk ist alles, lautet ihre menschenfeindliche Parole. Und auch wenn die neuen Nazis aus rein taktischen Gründen seltener über das Dritte Reich reden, inhaltlich haben alte und neue Nazis viele Gemeinsamkeiten. Immer wieder zeigt sich auch öffentlich ihr revisionistisches Geschichtsbild, wenn sie Hitler und andere Nazi-Größen hochleben lassen, die Schoah relativieren oder leugnen oder deutsche Massenmörder als Opfer umfunktionieren wollen. Egal ob neue oder alte Rechte, ihr Gedankengut ist menschenverachtend und immer noch von vorgestern. Die Parolen vom Antikapitalismus und der Volksbefreiung sind nichts als hohle Phrasen. Es ist Zeit, Zeit für uns als junge und alte Demokraten, offensiv Stellung gegen Rassismus und Antisemitismus zu beziehen. Egal ob in der Schule, in der Uni, im Betrieb oder im Sportverein. Werd selbst aktiv, mach den Mund auf und stopp die Nazis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und im Betrieb oder im Betrieb oder im Betrieb oder im Betrieb oder im Betrieb. Vielen Dank.